ja liebe leute ein herzliches willkommen zurück zu let's play lego hey potter in der letzten von uns mit einem erbitterten kampf gegen snape geliefert und haben auch ein bisschen sondern in hox mit auf dem tod erst getroffen zurück nach hofax gekehrt haben wir jetzt nicht besiegt und jetzt geht es weiter hier mit der story so unten rechts wird gespeichert sehr gut und dann geht es weiter heute aber jetzt da muss irgendwas passiert sein da habe ich eine rausgerannt oder der rennt wiederum irgendwas ist nicht ganz ohne was ist nicht ganz richtig hier was ist denn heute los mit euch das ist gar kein gutes zeichen schauen wir mal du willst ein bierkrug haben also du stehst direkt daneben hier der will der zauberstab der will seine blumen die möchte ihren blumenstrauß da ist der zauberstab immer hier und mir gar nicht möchte blumen haben ich guck mal gerade wo sie sind hier sind sie ach das sind wir wahrscheinlich für die schutz zauber für die schule es geht es weit richtung ende zu also nicht mehr viel und dann haben wir es so sie probieren so 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 draußen geht es hier natürlich gehört es im hintergrund hier ist nicht mehr das was es mal war so eine wolke das ist nicht wichtig ok dann müssen wir die wolke mit der sonne tauschen mit dem allerdings tauschen die sonne oben hin und hier die wolke und dann haben wir da wieder was zum bauen ein weiteres weiteres brillen links habe ich will mir gerade das feuer löschen nehmen weil das muss man ja auch machen weiß ob das vielleicht was wichtiges bringt nur steine hier ist es hammer und meister darum können wir das frei machen also uns die weg hier frei machen ok so da kann man das ist nicht richtig jetzt machen wir uns aber den weg frei hier ihr seht draußen tobt der erbitterte kampf auf leben und tot alles nur wegen herr so jetzt zutat alles vibriert alles knallt also hier geht es richtig rund aber noch helfen die schutz zauber so wir brauchen noch die hand und den zahn den zahn kann ich als der schlange und ein klima nicht aber davor ist wieder was zum passeln das machen wir auch direkt das kann ja auch nur heavy ja ich habe ich sehe es ich höre es ich sehe es ich mache das kurz mit dem passel hier gelb blau grün rot gelb blau grün und rot und da ist der zahn ich sag ja außer schlage aber hier müssen wir was bauen haben wir was anders sind wir immer den da oben mit hin weil wir müssen dann geht das hier runter und wir können hier oben weitermachen und sind zahlen aus der schlange holen katsch einmal kurz da hat es gespielt zack und es ist auf die hand und die ist hier so ein bisschen fröhliche musik rein aber wir müssen jetzt den zaubertrag fällig machen wenn es stärke trank sein ja dieser einer ich habe jetzt hat sich nichts gesehen hat doch hier ok hier kommen wir nicht weiter aber hier die säure ist jetzt müssen sauber machen oder jetzt hier mal gerade ein bisschen weg machen weil ich glaube das könnte richtig übel enden wenn man da durch geht bis bei säure also ist ja das zeit ist geht sehe ich noch das machen wir auch direkt noch das nehmen wir doch mal mit ja guter biet so die scheidung mit dem hier und oh nein na wir müssen wieder dann wahrscheinlich war menti einsetzen weil feuer 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 das feuer ist zu groß da kommen wir nicht weiter das heißt wir machen hier voll euch hilft es das irgendwie zu helfen so feuer ist gelöscht dankeschön und weiter geht die reise wer ist das also geist ja das war jetzt welche frage hallo wo wie in der ravenclaw oder vermute ich jetzt gerade oh wie geil die überdachte brücke warum wir eigentlich jetzt auch gerade auch wieder auf den spruch geht aber das ist der wirke halt da müssen wir hin diese aua geht aber weiter nummer eins das aus der war nicht so guter weg so hier brennt auf einmal alles da ist die nächste papier rolle ich gucke mal die runter dann geht es weiter na verdammt wegen es ist die er die 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 Nummer 2 Nauer Ja Ich werde doch wieder oben rum Irgendwie geht es nicht weiter Also müssen wir wieder oben probieren Achso der kann mit dem Zauberstab Kann der nicht Da konnte er nicht weitermachen Hier den kurzen Aquamenti-Zauber-Spruch machen Der kommt ja nicht hoch Okay Ich werde Oder Ja Eine Krüte, die graben kann Die kann nicht graben Okay Das hast du denn eigentlich Ein Haus Das kann aussehen Oder du machst Suchen wir was Nee Dann kann man hier nicht weiter graben Scheiße Jetzt mal die Steine hier alle mitnehmen Ich bin Okay Ich bin Ich bin Da muss auf jeden Fall noch einer unterwegs sein irgendwo. Die Frage ist wo. Da können wir was bauen. Gut, da ist wieder eine Wüppchen Dings. Sonst wird es schwierig weiterzukommen glaube ich. Aber da war doch irgendwo noch einer unten oder so. Das war jetzt natürlich nicht das. Okay. 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 Da ist doch einer. Okay. 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 Einer muss noch irgendwo sein. Die Frage ist, wo? Und zwar fehlt die hier. Und ich habe eine Ahnung. Ich habe eine Vorahnung, dass sie hier drin liegt. Und das war genau die richtige Vorahnung. Wir haben es geschafft. Die Kamera des Schreckens. Der Basel ist mit dem... Ah, ich weiß, was die beiden vorhaben. Nee, das war keiner. Aber du kannst gar nicht mehr, ne? Den Dings einsetzen. Komm mal, Hermine, dann mach du das, bitte. Äh, du machst so dann. Well, ist auch dein Teleportationspunkt. Oder was haben wir hier? Mensch. Ein Pinsel. Ach, der bemalt hier gerade die Wand. Gut, dass wir den Wiesli am Start haben. Und da werden wir wahrscheinlich die Schuhe finden. Vorhin. Es sind nur zwei Paar. Aber egal. Verdammt. Weil jetzt hatte ich nicht das Ideale. Boah, Alter. Ich weiß, dass da irgendwo der Eingang ist oder was? Also Kamer des Schreckens, äh, zweite Jahr übrigens. Nur mal nebenbei gerade. Auch ein cooles Teil gewesen. Ich weiß, dass da was vergessen. Genau. Es ist so. So, hier geht's weiter. Geht's irgendwie was Besonderes? Dafür habe ich das jetzt gemacht? Warum auch nicht, ne? Das gibt'n Wappen. Das gibt's nur, um ein paar Steine zu holen, okay? Eliminator. Da oben geht's wieder. Oh, guck mal, da oben geht's. Aber es kann nur Harry. Okay. 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 Warte mal, gerade kurz. Ich guck, ob ich hier irgendwo Licht finde. Sonst sind wir hier gerade ganz schön aufgeschmissen. Ich guck mal. Okay, hier kommen wir irgendwie nicht weiter. Der hält jetzt gerade irgendwas auf. Ja, irgendwas sagt Lichtmöglich- äh, eine Möglichkeit sein, um Licht zu holen. Doch, da. Ich hab's gefunden. Ich hab's nicht noch in der Spinnenbebe. Machen die doch keine, äh, Sorgnapfwand rein. Oh, leck mich doch, ey. Wie will ich nicht? Hermine. Und ich geh dauer nicht dahin. Ne, ich will nicht. Alter, bis ich jetzt verarschen. Das wäre alles zu einfach, wenn man das so wäre. Ne, weil hier ist noch ein, äh, Dings. Äh, Deliminator. Hol der mal das Licht. So. So, wir können da irgendwas bauen. Aber die Frage ist, wie kommen wir jetzt ohne Harry weiter, ne? Oh, alter. Gelb, äh, grün, gelb, blau, rot. Grün, gelb, blau und rot. Wann kann Pase? Das war eine Überraschung. Wer hat ich gedacht? Ich hätte gedacht, wir müssen jetzt irgendwie Harry befreien noch irgendwo. Aber der ist, glaube ich, auf anderen Dingen momentan unterwegs. Na gut, Hermine. Ähm. Ja, ich. Du musst ja einen Schlüssel haben. Nur zwei. Okay, da komme ich schon wieder irgendwas raus im Meistern oder irgendwie sowas, dass wir da wieder haben. Ja, ich weiß, was noch sind. Schon fast sogar die Vollerbüte, Dings. Hermine, hast du noch Krummbein an Bord? Ja. 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 Ein wahrer Zauberer. Wir haben wieder einen weiteren... Ein weiteres Mal die Dingsboots. Oh, wir haben auch den dritten Dings und holen wir unser zweites Wappen. Und auch hier gibt es wieder gleich... So, da können wir wieder die Tasche auspacken. Aha. Ja. 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 Zahn gezogen. Du machst das. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Das ist doch Was ist das noch mit Sprengstoff oder Dynamit oder so Das ist Oh nein, nur die Termine haben sich geküsst Was war eine Überraschung Wir haben die nächsten Ohrgut zur Stelle Es bleiben noch zwei Und ich halte es werden Wir haben ihn ein Pärchen Level abgefasst noch mehr Hast du nichts zu bieten Zwei Auslaufen haben wir geholt Werden klar und Dings Jetzt haben wir 1,3 5 Millionen Was mehr noch 69 Steine haben wir geholt Gut Dann, liebe Leute Würde ich sagen Machen wir Feierabend Wir sehen uns in der nächsten Folge Wieder bei Let's Play Lego Harry Potter Und dann geht es Straight, straight, straight Richtung Ende zu Zwei Hawkwooks Fehlen uns noch Und Dann vielleicht sogar eine finale Schlacht Nochmal Um Die Goose Wallowquartz Ob die gute oder böse Seite ist Und dann vielleicht das Letzt Überleben Harry gegen Voldemort Wer weiß, was uns noch alles so erwartet Wie lange das Ganze hier noch geht Ich bin auf jeden Fall mehr ganz gespannt Ich hoffe ihr auch Und dann schaltet ihr in der nächsten Folge wieder ein Bis dann Ciao